Hey du Vogel, erzähl mal nicht wieder, dass wir heute einen Streik bei der Flugsicherung haben. Mogli macht Grisaußen, ja die Eier vergessen. Mach mal hin. Okay, ja du hast kein blauer Uniform, dunkelblau, sehr dunkelblau. Na gut. Okay. Okay. Und kannst du dann bitte, wenn du zurückkommst, kannst du mir dann kippen? Hallo, ihr seid schneller wie DAL oder DDDDGPS oder wie DAL. Super, gell? Wahnsinn.